Hallo, ich bin hier auf der SBS IPC Drive 2015 und ich werde mir jetzt mal ansehen, was für Neuheiten es beim Stand von SIKO gibt. So, das hier ist die spannende Messe-Neuheit hier bei SIKO. Ein magnetisches Längenmesssystem, sieht unspektakulär aus, kann aber einiges. Es nennt sich MSA 161 CDQ. Was ist das Besondere? Es ist ein absolut Wertgeber, der, und jetzt kommt es, nach SIL 2 zertifiziert ist. Also wirklich auch für sicherheitskritische Anwendungen eingesetzt werden kann. Er hat von der Konnektivität her die Drive-Click-Schnittstelle und ist ansonsten sehr, sehr robust gegen Vibrationen, gegen Staub, gegen Öl, gegen was sonst so in der Industrie noch anfallen kann. Also ein nützlicher kleiner Helfer, wenn es mal sicher werden soll.